Und dann geht's wieder los zur nächsten Runde. Wir haben unseren Charm schon gewählt. Und ja, was soll ich sagen, Trader? Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Oh ja, Bro, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, warum, ich wäre eigentlich viel stärker gewesen. Ich habe mich auch gefragt, warum ich so schwach war. Ich weiß jetzt, warum. Blitz hat mich getrollt und hat mir einfach diese Standard-Rune gemacht von Yumi, obwohl ich meine Rune schon gemacht habe. Und ich denke mir so, hä, warum gehst du ab hier unten, aber Adi, Yumi? Hä, ich habe Adi eingestellt. Also, Hale of Blades und so. Und ich denke mir so, hä, warum gehst du damit jetzt auf Adi? Hör auf, Blitz, nein, das habe ich hier ausgewählt. Blitz, nein, hör auf, ist letzte Sekunde, letzte Sekunde, letzte Sekunde, letzte Sekunde, das habe ich hier ausgewählt, letzte Sekunde. Blitz, bitte, verpiss dich, Blitz, Blitz, bitte. Niemand mag dich, Blitz, niemand. Niemand mag dich. Disgusting. Nobody likes you. Blitz, warum, verschwinde, wozu brauchst du mit Lux mehr Leben? Der spielt halt wirklich Lux, er wurde von einer Lux gemobbt. Und jetzt spielt er es. Blitz, hör auf, hör auf zu spielen. Blitz, bitte, deinstalliere dich selber. Warum gibt es das Scheiß-App? Hm? Eigentlich habe ich Magical Resistance holen. Ja, ich wollte auch Magical Resistance holen. Nein, ich wollte tanken, ich wollte, äh, nicht Magical Resistance holen. Ich wollte, äh, Armer holen. Kein Wunder, dass ich so schwach war. Deswegen habe ich keinen Blitz. Ja, und ich versuche es ja auch die ganze Zeit zu deaktivieren. Ich habe es nicht installiert. Ja, du nicht. Aber es wurde die, es wurde installiert. Ja. Ja. Und wie ist es dann, die Q direkt wieder zu haben, weil ich dich gebootet habe? Du dachtest, ich weiß es nicht, Lobby. Hä? Du dachtest, ich weiß es nicht. Du und deine Ult als Passiv, Alter. Und deswegen mag ich niemand. Ich kann weiterentwickeln. Ja. Und deswegen mag ich niemand. Es gibt viele Gründe, weshalb ich Leute nicht will. Keine Sorge, es gibt viele Gründe. Sorry, ich habe gerade auf dein Bildschirm geguckt, um das herauszufinden. Was? Ich habe gerade auf dein Bildschirm geguckt, um herauszufinden, ob man Wullybears eh aus dem Busch heraus sieht. Und ja, tut man. Richtig nett. Oder Tam Kench. Weh. Das sieht man. Nein, nein, er ist am Ende. Aber man sieht es halt. Er ist am Ende, ja. Man kann aber mit einem Flash noch ausweichen. Ne? Boah, Alter. Ich... Das Ignite nie castet. Dieses Mal war ich halt einfach Outer-of-Range. Aber, Alter, ich wollte dieses... Als ob ich nach... Als ob ich nach dem Flash nicht in Ignite-Range war. Als ob ich nach dem Flash nicht in Ignite-Range war. Was ist das? Ich habe 30 Jahre zu lang kein League mehr gespielt. Ich habe 30 Jahre richtig gehorfert. Oh. Er ist tot. Ich bin tot. Geh weg. Ja, also als ich Jummi weitmisch ausgedauert habe, oder? Du bist fetter. Ich bin aber ein Bär im Gegensatz zu dir. Du warst eine Katze. Ja, genau das Ding hat ich das Treffen. Kann ich noch mal Katzen? Deswegen dürfen sie von allem gethittet werden. Das ist von Schuhen. Ja. Boah. Okay, GG, mein Ult ist über gut angegangen. Danke dafür. Ja. Was ist das? Du blockst direkt, du blockst komplett Damage, oder wie? Wie? Was ist das? Was ist das? Das trifft, der Herr. Du blockst direkt, äh, blockst du ganzen Damage, oder wie? Ja. Das ist so ein Dreck. Ich kenn halt die Items nicht. Perfektes Item gegen Lux. Ich kenn die Items nicht mal, du Dreckiger. Was nutzt du so aus? Das ist grad Save Guard, oder was? Ja. Ja. Das war sehr optimistisch, Bro. Alles gut. Ah, was winnen konnte ich eigentlich? Ich hab dir jetzt auch davon ausgegangen, dass zweite Tau wieder. Ja, ich auch. Okay. Dann sind wir wenigstens auf dem gleichen Blatt. Save Guard ist wieder an, nehm ich an. Das bedeutet das Zeichen. Ah, nein. Achso, nein, nein. Ich darf jetzt einfach reingehen, wo wir durch One-Shotten, wenn ich sage. Okay, okay. Wenn du das sagst, Bruder. Ich vertraue dir doch. Save Guard, zweiter Effekt. Ich kann nicht von CC getroffen werden. Mein Lutz ist doch CC, what? Ja. Aua. Hör mal auf damit, Mann. Ja, das kitzelt, hab ich gesehen. Genau so wie das. Haha. Was ist denn los? Ja, was ist los? Alter. Du bist gleich tot, also alles gut. Ja, weil jemand mein Tür zerstört hat. Okay, das reicht. Warte mal, funktioniert das nicht? Du kannst einfach läschen, Alter. Warte mal, Alter. Okay. Warte kaufen. Kaufen. Machen. Wunderbar, hast du Zeit? Ich bin gerade irritiert, warte mal kurz. Ja, Shutdown. Danke, ich konnte mir eine neue Seite kaufen. Was, als ob das noch Shutdown war? Bruder, lüg mich nicht an. Wolli, bei Shutdown, Lux, Bonus, Bounty. Wie lange war der Kampf her? 30 Sekunden. Keine Ahnung. Muss ich bei dir stehen? Wie lange der Kampf gedauert hat? Das ist eine Farge. Hier steht nicht mal, dass du mir Schaden gemacht hast. Du wirst nicht... Bro, guck mal, guck mal rüber. Du hast keinen Shutdown. Du kannst keinen Shutdown bekommen haben. Du kannst keinen Kill bekommen haben. Doch schon, eigentlich. Ich stehe jetzt 3-3. Und deswegen hast du jetzt Items bekommen, weil League of Legends meint bangen zu müssen. Du stehst hier nicht mehr unter Kampf. Mein letzter Kampf war vor 5 Sekunden angefangen und das war mit Minions. Das heißt, du hast natürlich nicht mehr mitgemacht. Appen ist Minions. Was ist das für ein Scheiß-Bug? Erstmal, erstmal, weißt du, erstmal, verstoß mein Scheiß-Turret den ersten. Und danach kommt noch so ein Scheiß-Bug. Alles möchte heute, dass ich Geld verliere. Dann kriegt Lux noch einen Buff. In meiner ersten Runde mit Yuumi. Meine Ruhen werden umgeändert. Meine Ruhen wurden auch diesmal umgeändert. Ich, alles möchte, dass ich heute Geld verliere. Alles. Das gesamte Game möchte mich heute leisen sehen. Und das mit Liebe. Das ist doch brudert. Mich will alles verarschen. Das ist doch ein flächster Scherz. Was erwarten wir nämlich unter dem Tau angreifen. Das war nicht so viel Schaden. Ja. Niemand mag dich. Warum habe ich eigentlich... Ja... Ich wollte gerade fragen, warum ich so viel Rüstung habe. Oh, ich habe gesagt, Sonja, es gibt Armour. Warum gibt es eigentlich keinen Magic-Busitz-Sonyas? Was ist denn? Du kommst da nicht rein? Du kommst da nicht rein, wie du aussiehst. Was? Du kommst da nicht rein, wie du aussiehst. Ich finde auch, eigentlich getroffen hat meine Q. Also eigentlich sollst du tot sein. Weiß ich nicht. Würde ich fair finden, so. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, ich bin ein Bär, du bist Magierin. Ich kenne es aus vielen Animes, Bären sind stärker. Das weißt du auch. Ja, dummer Bären, die in die Ede der Magier laufen. Eigentlich wollte ich vielleicht anders benutzen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt so behindert gemacht habe. Was? Das kommt normalerweise mit. Nö, noch nie. Hat es doch vorhin auch nicht. Doch. Das wurde aber umgeändert. Äh, das hat gerade eben auch schon nicht. Nein, früher ist es mitgekommen. Vorhin hast du es eingesetzt. Ja, ja. Aber früher ist es... Ja, das ist mir dann nicht aufgefallen, weil du auch geflasht bist und ich dachte, okay, hat es eh getroffen. Aber früher ist es mitgekommen. Ich habe das schon so häufig gesehen, dass Luxus mit ihrer Ultgeflasht sind. Das Alter ist... Ich... Ich könnte schwören, das ist früher mitgekommen. Der Mann. Ich bin ein fliegender Wullybär. Ui. Ui. Alter. Ja, over. Oh, ich bin zu Ende, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Also, wir beenden mit der Folge, dass ich gewonnen habe, weil Trader erstens auf meinen Bildschirm geguckt habe, hat zweitens hat es einfach gebuggt. Ah, ich habe geguckt, ob meine eh nicht. Weil du einfach auf meinen Bildschirm geguckt hast. Zweitens hat es gebuggt, weil einfach meine Ultgeflasht nicht mitgekommen ist. Das war ein Bug. Und drittens, der hat ein Tor zerstört, Regeln verletzt. Damit habe ich gewonnen. Das war eine schöne Folge und da wünsche ich euch doch allen schönen Tag. beendet die Aufnahmen und schönes Weihnachten. Ciao.